Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Ach, wir müssen doch unterhalten. Krass. Daddy, chill. Ja, ich hab's auch. Alter, diese Flattficker, diese... kleinen... Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. More Babys. Das geht nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Ich glaube, wir müssen hier runter, wa? Ja. Au. Oh, Junge, was war das denn? Hast du was gesehen? Ja. Jetzt. Warte, 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 warte. Da musst du erstmal den Staubsauger auspacken, damit du den Scherzdinger wechselst. Yes. Oh, ähm... Ja, sieht gar nicht nach Endboss aus hier. Das war der Scherzdinger. Ja. Das war der mit dem Schwert. Ja. Hab's gemerkt. Der wollte mir auch an die Nase. Was? Was? Ja. 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 Ja dann. Wahnsinn! In Albentien kommt ihr diesen Sprudel-Nilis! Moment, der Hangar! Dort weiß, dass habt ihr ganz gut gesiebt! Tiere fliegt! Oh, Junge! Oh, Junge! Ich krieg auf die Fresse! Ja, wir können das. Ich bin nicht gut oder tot. Nee, einfach nicht tot. Geil! Ich hab mich gerade fallen sehen, weil ich tatsächlich tot bin. Oh! Ich bin mal falsch! Wieder da? Jetzt! Jawohl! Ja! Oh, here we go! Oh! Ich bin... Boah! Ich guck mal, wo ich fortes gekillt war! Hinter dir! Ja, das fährt mich sogar gekillt, wa? Das einzelne Ding da? Ja! Ja... Ja... Was ist das? Ich hab ihm ein Geschenk da gelassen. Ich hab ihm ein Geschenk da gelassen. Wir haben einen verloren. Ja, die ganze Scheiße ist halt im kleinen Fall und die rasten alle voll aus noch, aha. Umdrehen, Ketzer. Gebieter, ich würde lieber durch ihre Hand sterben, als dass mich die Propheten schlachten. Wer verbreitet denn solche Lügen? Das Orakel. Hallo, ich bin 343 Guilty Spark. Ich bin der Illuminat der Einrichtung Müll 4. Fragen Sie das Orakel nach Halo. Warum man uns ohne Grund und Sinn opfern will. Noch Fragen? Großartig. Ich würde mich freuen zu helfen. Die Eliten sind Blindgebieter, aber ich öffne ihnen die Augen. Ja, cool. Hey. Ich bin tot. Oh, nein. Oh, ich hab eine Sekunde gelebt, Alter. Oh, nein. Nein, nein. Nicht noch mal. Oh, shit. Lecker. Okay. Äh. Who the fuck we... Here we go. Oh, ich bin... quatsch. Nee. Ich hab keine Granaten, ne? Ich hab keine Granaten, ne? Wir spielen da. Ey. Ja. Oh, nein. Wir haben noch viel zu tun. Oh, man. Das ist gut, ob der zweite Bildschirm ist, als tot. zeigen sie sich hat er sagt wer ab weil da was ja diese miene ist mehrere jahrhunderte älter als ich hatte keine wahl heiliges orakel dieser ketzer gefährdete die große reise das das ist das orakel so ist los los wir verlassen dieses system